Guten Tag auf YouTube und willkommen zurück zur nächsten Folge mit seltsamen Überbleibseln hier in One's Human. Lecker, da guckte eine Hand raus. Ja, okay, ich nehm jetzt doch noch ne Folge auf. Also Freitag gibt's dann doch ne Folge. Das haben wir alles schon mal gesehen. Die junge Dame hier kennen wir ja schon. Die ist ziemlich cool unterwegs und hat einen prächtigen Arsch. Und ich hab vergessen, was man machen musste. Ja. Aber egal. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Irgend so was musste man machen. Geht's hier rein? Nein. Aber meine Mutation ist ein toller Kämpfer und kann richtig gut kämpfen und muss da gar nicht viel machen. Dankeschön dafür, dass du so toll bist. Schluss mit lustig, Tante. Kein Bock mehr auf dich. Du muffelst. Aua. Haust du ab? Ja, Level ab. Das wollte ich doch erreichen. Ich glaub, wenn ich diese Mutation nicht hätte. Dieser Schmetterling, der ist einfach so übermächtig. Gott sei Dank. Oh. Gott sei Dank. Alles klar, Leute. Ja. So. Jetzt hab ich das erledigt. Also dieses tolle Gebilde hier, ne? Das kennen wir ja schon. Und, ähm... Kontilliere für den Spaltacker hier in diesem Gebiet. Genau, das gibt's auch noch. Und irgendwie ging's bloß da hinten raus. Äh, ja. Denn dann können wir erst in den nächsten... Oh. In den nächsten, äh... Monolithen. In den da. Da war ich noch nicht drin. Darauf hab ich mich vorbereitet. Level 30. Ich glaub, ich war Level 26 oder sowas geworden. Und darauf hab ich mich vorbereitet. Das heißt, wir müssten jetzt hier mal so ein paar Spaltanker machen. Hier ist auch Wüste. Da war ich auch noch nicht. Weil ich ja, äh... Ich glaub, gar nicht so weit im Spiel hab, ne? Ich kann mir gar nicht so weit. Bis. Und, ja. Das würd ich jetzt ziemlich gerne mal machen. Und langsam angehen. Und... Dann... Guck ich doch mal ganz schnell. So hinter der Hecke schön versteckt. Wo dieser eine ist, äh... Da guck ich drauf. Ah, okay, okay. Ähm. Wieso bewegt sich eigentlich mein Pfeil nicht mehr? Das ist jetzt grad ein bisschen doof. Auch so die Strecke ist irgendwie grad wert. Muss ich nicht verstehen. Also ich muss sagen, ich komm mit dem Scharfschützengewehr deutlich besser klar. Und ich finde, dieser Schraubenschlüssel macht auch enormen Schaden. Im Nahkampf. Mal die ganze Sticker drauf. Äh, äh. So. Irgendwo da hinten ist der... Der Elite. Da misst ihr auch noch... Oder guck ich da gerade falsch? Da hinten ist bloß ein Typ, der hat irgendwas hier mitgeschnitten. Oh, das hat gelessen. Das auch. Okay. Weiß nicht, wo der ist. Hier ist erstmal keiner mehr. Da ist noch einer. Ähm. Naja, nicht so schlimm. Und da hinten ist der Spalteanker. Ach ja. Oh man, ey. Ich weiß auch nicht, warum. Aber nach solchen krassen Ereignissen ist diese Minimap oben sehr, sehr, sehr buggy. Schade. Ich weiß nicht, ob ich gleich mal einfach fix relocke. Und dann... schau, dass das wieder geht. Ich finde, es ist gut, dass die brennen. Oh, ein Drohnentyp. Hält ja was aus. Meine Güte. Tja. Aber der war im Weg. Der musste weg. Warte. Da lang. So. Husch. Eingeschaltet. Dann. Hier ist nix. In der Nähe. Der ist an. Annas Spielzeug. Will, was heißt Souvenirshop? Gib dich zum Haus. Ist das nicht das mit dem Lama? Ja, doch. Das ist das mit dem Lama. Was eigentlich Lebkuchen... Ne, ein... Ein Lebkuchenhaus, was Lama liebst. Oder so. Ach, keine Ahnung. Irgendwie so. Der ist direkt beim Mirage Monolithen. Level 30. Ja, ist klar. Level 27. Das wird ja mal besser. Riki. Level 27. Party Event. Fischflut. Äh... Level 25. Was ist das denn? Gehe und starte den Primärkrieg. Aber dann bin ich ja alleine. Ne. Näääh. So. Östliche Blackfell Kreuzung. Ich brauche... Spaltanker. Gewerbegebiet von Greywater. Und... Sonst sind die nur hier oben. 26. Hier ist noch ein Teleport. Hier ist auch noch ein Teleport. Nee, ist hier nicht, ne? Island. Ah, für den Monolithen. Ja, nee, das nehm ich. Das nehm ich. Aber ich werd mal ganz schnell re-loggen. Warte mal. Ich mach das mal ganz, ganz fix. Das geht so schnell, das kriegt ihr gar nicht mit. Guti. Ja, da bin ich wieder. Das ging auch ganz schnell. Jetzt stimmt auch die Minimap wieder. Ich hol mal mein schönes Moped und düse mal zu dem Spaltanker hin. Ja, jetzt haut das wieder hin. Einmal ganz fix re-logged und alles ist tutti-frutti. Zwar sind alle Gegner wieder da, aber ist ja egal. Also wieso? Wieso ist eigentlich so viel Schlamm auf dieser Straße, wenn ich hier langfahre? Äh, abbiegen. Ich hab nicht geblinkt, verdammte Axt. Oh, wenn ich auf dem Felsen außen fahre, hier. Kein. Kein Schlamm. Man sieht schön den Reifen und meinen weißen Streifen, wenn ich hier drauf fahre. Äh? Ist ein bisschen, ein bisschen verdreht welches. Egal. Egal. Ach, hier könnte man angeln. Und... Abbiegen. Und dann da hoch. Ach du Scheiße, ist das so eine Straße? Ja, okay. Irgendwie, hier sind Fahrspuren. Ja, irgendwie ist das was, was man fahren kann. Hier kann man ja überall langfahren. Gibt es keinen. Hier kommt man nicht durch. Das gibt es einfach nicht. Wir fahren jetzt zu diesem Waldanker, der ein ganzes Ende weg ist. Aber nicht so schlimm. Was ist das denn da eigentlich? Äh. Ich dachte, das wäre ein Gebäude, aber nee. Das war nur so ein Wasserfall oder... Ach, keine Ahnung. Oder Felsen? Oh. Schöne, viele Blümchen. Und der... Dieser Orangenbaum, der ist einfach übermächtig. Der wächst aus einer Eisenadern raus. Also den stoppt niemand. Eigentlich müsste ich einen Orangenbaum mitnehmen und damit kämpfen. Das Ding ist ja sowas von stark. Cool. Mitten auf der Straße. Ah, ha, ha. Oh, da ist gleich eine Kiste. Und ich warte mal. Hä? Ja, ich weiß. Aber, 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 da war doch direkt eine Kiste hier oben. So. Hallo, Scheinwerferchen. Aha. Oh. Da steht alles unter Wasser. Reklametafel. Cannon Reef für zu Hause. Haben wir ja schon. Und wie kann ich das ganze Haus zukleistern? Ähm, so. Ach, düsen wir doch einfach mal weiter. Ich müsste mal tanken. Warte mal, ich tanke erst mal. Wir sind jetzt schon so weit gefahren. Ähm, G. Ja. Wir haben einiges an Sprit. Und F. Und... So. Aha. Oh je. Nächste Attacke. Ähm, Moment. Ui, 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 ui. Hoho. Besser. Mhm. Landschaftlich ist das richtig hübsch. Und da sind wieder Vögel. Da schießen die ja drauf. Ich weiß immer noch nicht, warum die auf diese Vögel schießen. Ich hab bisher auch keinen Loot von denen bekommen oder so. Ich hab schon ein paar getroffen. Die Treffen ist zwar nicht so einfach, aber ich hab's mal hingekriegt. Okay, Wüste. Ja, sonst ist hier nichts unterwegs. Ganz allein. Kein Tier. Aber wenn das Wetter nicht so scheiße wäre, könnte man so ein bisschen die Landschaft genießen, aber man kann ja gar nicht weit gucken. Mann. Entdecke neue Bereiche. Okay. Slow. Stop. Für Level 35. Angriff. Ja, klar. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich fahr hier gleich wieder weg. Schnell wieder in ein Gebiet, was so ein bisschen meinem Level entspricht, meinem derzeitigen. Also in Level 35 möchte ich jetzt noch nicht rein. Ich bin doch nicht mal 25. Äh, da lang. Oh, da war, da war, da war. Oh, warte mal. Absitzen. Da, in 80 Metern. Ich weiß, wie wir doch hinfahren können, aber irgendwie laufe ich lieber in dem Spiel. Ich weiß mal auch nicht. Ein Teleportturm. Ja. Mann, kann das mal aufhören? Ist ja furchtbar. Boah. Yeah. Gut. So, und da ist Highland. Suche einer mysteriöse Kiste, besiege normale Gegner, finde Waffen- und Ausrüstungskiste, speitern. Es gibt auf jeden Fall diese Mehrzweckteile da. Das ist schon mal nicht schlecht. Könnten wir gut gebrauchen. Könnten wir die Quests doch da mal machen. Das scheint ja gar nicht so viel zu sein. Oh, da ist was Besonderes. Untersuchen. Jetzt. Haha. Zerbrochene Bild. Muss halt passen, ne? Ein Steuergerät. Oh, dankeschön. Jetzt sind wir gleich dort. Dort am verbotenen Ort. Und, äh, Ventures. Äh, okay. Ach, dann gucken wir doch mal hier rein. Ventures. Hier ist noch keiner. Doch. Und cool. Nee, Kürbisse. Was? Was denn? Wer ist denn da? Weil, der sieht mich nicht. Naja, du musst vor kurz warten. Ich muss erst den erschießen, weil, äh, dann kümmere ich mich um euch. Ey, du musst auch treffen, Kollege, ne? Ich weiß nicht, wie du hinschießt, aber das ist es halt nicht. Ist es einfach nicht. Was ist das, bitte? Wow 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 Ganz cool Was? Ah Es ging nicht Ah Ich bin sofort zurück Kollegen Moment. Nein. Ja, ja. Ich lade nur 5000 Stunden lang danach geholt. So. Der hat nicht mehr viel. Ich? Ich habe mich auch gesehen. Ah, der lebt noch. Noch einer. Noch einer. Das sind so Gaswolken. Okay, okay, okay. Moment. Hier, den hier. Ach so, wir müssen nach oben drauf schießen. Ah! Ah! Kacke. Ah! Schön, dass ich ihn in Dings gestellt habe. Camp. Territorium. Ja, ja. Camp. Camp, camp, camp. Mann. Ja, ich habe auch nur eine Adrenalin-Dings war mitgenommen. Ich weiß, ich bin gestorben. Grrrr. Moment. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Niemals. Ist das zu dem Freitanker? Ja, ja. Ah, komme ich da hoch? Wenn ich da hochkommen könnte, könnte ich abkürzen. Aber dann muss ich durch den Tunnel fahren. Oh. Aber das wäre nice, wenn das gehen würde. Ich weiß nicht, ob das zu ist oder so. Das kann ja alles sein. Spring! Ah! Das ist ja hier so ein schönes geländefähiges Ding. So, da sind wieder unsere kleinen Erbbohrer. So, und wir müssen irgendwie auf diese Brücke kommen. Nö? Nö, nö? War ja hier schon mal. Also, das haben wir auf jeden Fall auseinandergenommen. Weiß ich noch. So, und dann fahren wir hier einfach auf den Schienen lang, weil ich habe Schienenfahrzeug. Logisch. Oh, ich hoffe, ich endet jetzt der Tunnel da nicht. Bitte nicht. Das wäre kacke. Ey, wieso regnet das hier? Wieso regnet das hier? Die Zündung. Eben gerade war schönes Wetter. Na, egal. Es regnet. So, hier. Da war das mit dem Dino, glaube ich. Und dieser Unterwelt, die eine Welt in der Welt ist. Aha, Voltura. Voltura. Jäger. Ich fahre auf jeden Fall noch richtig. Und da ist der Monolith. Er ist sehr nah. Und da ist auch noch ein Spaltanker, den ich da oben in der Minimap sehe, irgendwie. Aber ich muss erst mal zu meinem, ähm, zu meinen Überresten hin. Zu meinem Sterbepunkt. Ey. Also manchmal ist hier schon ein bisschen weird. War ich hier noch richtig? Da bin ich gestorben. Warte mal. Wenn ich da gestorben bin, dann muss ich doch einfach nur hier rüber. Ich versuche mal abzukürzen. Das sieht ziemlich hoch aus. Aber hier geht es doch. Ich esse mal nebenbei. Ja, guck mal, das ist doch viel kürzer. Also dieses Navi manchmal. 1.000 Umwege. Hier, falls hier lang. Ist doch viel, viel kürzer. Oh, verdärbt. Äh, mutiert, mutiert, mutiert. Yeah. Muss ich mit mir. Sieht so schön aus. Oh Gott, ist das viel. Ist nur Steine. Äh. Ich sehe schon mein Moped, wenn ich ankomme, ist ein einziger Schrotthaufen. Ich habe einen Reifen in der Hand und der Lenker ist mir ums Genick geschnallt. Wird so auseinander fällt. Okay, so. Here we go, ne? Rote Beete und Kürbis. Ist doch nice. Kann ich direkt essen. Pilze. Was ist das denn für ein geiles Gebiet hier? Und ich kann, jep. Erstmal das ausstellen. Saisonziele erreicht. Okay. Abholen. Das war einfach. Sternenchrom. 1.800. Geilo. Okay. Das Eisen, ne? Ja. Ja. So viele Metalle konnte man auch gar nicht machen. Irgendwie verschiedenste. Aber dieses Wolfrahmen fehlt mir noch. Das wird bestimmt erst im Level 50 oder sonst wo reich sein. Komm, ich bin schon mal gestorben. Ich erinnere mich daran, dass ich schon mal von hinten lang gelaufen bin. Wo? Ah, da. Ach ja, das ist doch einfach mal weg. Eine Rauchbombe. Ich verwende das irgendwie nie. Mhm. Nein, ich wollte das drücken. Ich habe mich gehört, weil du so Krach gemacht hast. Du wirst dich verraten. Ich treffe nicht. Ups. Was? Was? Und wie ist denn die zusammengefaltet? Okay. Lol. Ach du Scheiße. Smartwatch. Ja, klar. Smartwatch. Smartwatch. Und du? Tschüss. Und irgendwo ist hier noch einer. Einiges andere Typ. Peter. Alter, der Rauch muss sich erst mal legen. Und dort. Und dort? Ja. Aua. Ah, von dort. Ja, habe ich gesehen. Banditen, ey. So, da oben. Da hinten ist auf jeden Fall eine kleine Lichtsäule. Spaltanker. Oder so. Und ich brauche... Kannst du dich da draufstellen? Den da. Aber... Hase. 2-2-2-2? Was ist mit dem? Uhu. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich den schaffen soll. Wow, ist der schnell. Eww. Hey, wie geht die Munition aus? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Gibt es hier irgendwie einen Trick gegen den? Keine Ahnung wie, aber irgendwie so würde ich es nicht schaffen. Oh, hi. Mhm. Der ist ja übel. Ah, er läuft halt nicht die ganze Zeit hinterher. Mann, ich springe doch schon. Aber das ist ja übel. Ja. Was ist das für ein Typ? Selbst meine Mutation hat keinen Schaden gemacht. Aber... Was? Was? Ja, was? War der noch hier? Ich hab da hinten, hat sich was bewegt, aber... Schläger... Schläger... Tja, dann... Ähm... Weiß ich auch nicht. Keine gefallen gelassenen Gegenstände. Ja... Dann würde ich da erst mal so nicht weitermachen, weil ich komm da gar nicht weiter. Macht ja auch keinen Sinn. Hä? Okay, was? Ich hab die eingesammelt und bin wieder im Camp. Okay, ich würde sagen, ich... Mach hier mal eine Pause. Und schau mal, ob ich da irgendwas hinkriege. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session. Aber den Typi da brauche ich so nicht probieren. Das ist ja heftig. Also... Uiuiui. Da oben liegt zwar eine Kiste. Schau mal, die schnappe ich mir noch. Der wird bestimmt nicht alleine sein, der Typ, aber egal. Hey, den treffe ich nicht mehr mehr. Noch gar nicht geladen. Ja, gut. Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir jetzt hier mal einen Cut machen. Und ich würde sonst auch mindestens das Spiel re-loggen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme-Session wieder. In Once Human. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben. Das war jetzt irgendwie... ...schwierig. Irgendwie schon. Alles klar, dann macht's gut. Tschüss.